So, holen wir jetzt den Anzug. Erstmal heilen. Bam bam. Ich weiß aber auch welche Strahle sind. Ich hab mich gern mit dem Krachenstoß. Das müsste nämlich die Strahle sein. Und ist es nicht. Dann ist die hier vorne. Da! Oh, alles war in Rot. Oh, ein roter Fedora. Mhm. Haben sie heute noch in Rot? Können auch grad Evels Steel echt in Rot reingehen. Das hat auch was, glaub ich. Kurz Lederhose. Alter. Ich kaufe das aus Prinzip. Das wisst ihr jetzt auch nicht. Ich muss die kaufen aus Prinzip. Goddammit. Wie viel kostet mich das? Habe ich noch Geld? Hahahaha. 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 Sie war ein Halber Fähiger. Nein. Ich nehm die da und brille mich. Ich glaube die Brille ist zu teuer Die Brille ist zu teuer Also wir nehmen nicht die Brille Komm Ich glaube das ist immer noch nicht immer noch zu teuer Oh Gott die kriege ich mir jetzt am besten Ich will die hohen Sachen haben Ich glaube das ist ein bisschen ein Tages-Event Ich guck wie das jetzt Du das sieht so schlimm aus Ja das Problem ist hier gibt es gerade nicht Das ist nämlich jetzt gerade das Problem Die gibt es gerade nicht Heute ist nämlich offenbar so ein Event Dass es nur die roten Sachen gibt Es gibt den schwarzen Hut gibt es heute nicht Aber wir können folgendes machen Den Fenster poppen Okay Den gibt es halt nicht Es gibt halt nur das Wir können mal folgendes probieren Ich weiß nicht ob das geht Und das Spiel so austricksen kann Erinnere mal an den Tag Ich weiß nicht wie geht es Machen wir mal einen Tag, verschieben wir den mal. Schauen wir mal, ob wir das in-game-design-F erändern können. Geh mal raus und dann wieder rein. Ja, andere Sachen, jetzt hat er andere Sachen, aber es gibt immer noch diesen ekligen roten Hut. Wir kaufen uns mal das, was wir haben wollen. Wir wollen erstmal das haben. Die schwarzen Halbschuhe wollen wir haben. Die schwarze Reisertasche, so dumm. Zieh mir erstmal das an. Ja, die Mütze passt erstmal gar nicht, aber sie gattet halt. Jetzt. Wie kostet mich das? Ja, das ist okay. Die Mütze passt mal so gar nicht, aber egal. Alle Details. So, und jetzt gehen wir mal noch. Wir sind jetzt bei Montag. Wir sind jetzt bei Montag. So. 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 Jetzt schauen wir mal, ob wir auch noch einen schwarzen Hut bekommen. Das wäre echt super. So. super. ich hab mir jetzt ein grau ich glaube ich muss noch einen tag in die zukunft reißen um den schwarzen zu kommen muss ich glaube noch einen tag in die vergangenheit reißen wir machen das mal noch einmal weil ich würde gern wir haben jetzt den grauen hut aber ja das machen wir dann nachher hier den schwarzen hut haben nicht den grauen der 27 ist jetzt der mittwoch ok so so sieht immer an ein schwarzer hut oh yeah ja das stimmt und die haben als auch versteckte fähigkeiten auch beide moxie endlich die richtigen sachen um in die siegesstraße zu gehen so wunderbar natürlich möchte ich die haben nein okay ich nehme die Hose nicht ich nehme nicht die Hose okay nevermind ich nehme nicht die Hose okay die Hose nehme ich halt nicht aber den Hut muss ich nehmen dann hole ich mir die Jeans nachher weil die Kunstleder Hose kostet zu viel nicht so schlimm das ist nicht so schlimm das ist überhaupt nicht schlimm denn ich wollte schon den scheiß Hut auflassen goddammit gebt mir nicht alles Hut aaaaaaah ja bäm umziehen die Hose das passt so die Hose ist okay die ist jetzt nicht überteuert das ist keine überteuerte Hose so und vor der Siegesstraße äh vor der Pokémon Liga hole ich mir noch die Hose noch alles klar dann machen wir mal folgendes wir gehen mal wieder zurück in die Zukunft schon schade dass wir den Shop manipulieren müssen mit Zeitparadoxen aber immer in den vierendwannisten da war's doch So Hab da einen Tüter gelassen So wirst du aussehen Ja Vielleicht Nemo gilt Auf ein Date in die Siegesstraße So Starke Träne aufs Reißen Genau Phoenix weiß wo Komm wir haben doch garantiert noch ein Rivalen-Battle Ich weiß nämlich gar nicht mehr was alles kommt Ich glaube gegen den müssen wir noch kämpfen Ich hab mir immer mit Derby um maximal Gewinn abzuziehen Dann holen wir uns die überteuerte Hose noch Dieses Tor ist der Zugang zur Siegesstraße Nur Trainer im Besitz Alle 8 Orten haben mich zu greifen Mal sieben wie viele Orten 3,3,4 Fantastisch Alle 8 Orten Gut lass mich überprüfen ob du auch hältst was du versprichst Aber wenn ich jetzt 1.800 insgesamt habe Also Dann gehe ich kurz zurück und kaufe mir die Hose noch Bäm Stile echt Blink blink und so Warum denke ich immer das wäre Das ist ein Gesteins Pokémon Also es ist neutral Ne passt schon Okay alles richtig Es ist eigentlich Es ist Gestein Fee Also passt das schon So Seetra King Oh Ich glaube nicht Ich vermisse Ja ich vermisse auch Pamparos aber Ich gehe Nimm mir das in Kauf Oh Damit Gänger zum Beispiel wieder Schwebe hat Wo nicht mehr Nutzlos geworden ist Allgemein Nimmst ein besseres Spiel ist Was ist das ist da das reicht uns nicht ausgezeichnet möge der weg mit dem pokémon entscheidest mit klick und hohen gewassert sein ok Okay. Bam. Wer baut sowas? Auf geht's. Erster Kampf in der Siegelstraße. Ich will ja nur mit deinem Pokémon abhängen, aber stell dich vor, dass uns jemand zum Kampf heraus... Wirst du auch kommen, um uns den Tag zu verderben? Nein! Oder vielleicht doch. Mal munkeln. Nibuna! Nibuna! Mach mal so. Das ist ja nicht für die erste Generation, wo der Gegner jetzt schien... Oh, er besetzt aber Garas ein. Okay, dann wechsel ich meine Attacke nochmal. Das reicht. Bäm... Bäm... Die Hose ist quasi ein Safecall für die Nachtliga. Safecall für die Nachtliga. Ja. Also vor der... Vor der Pokémonliga hofft uns auf die Hose. Bäm... 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 Well... W tamba... Du hast doch nichts dagegen, wenn man stahllos im Kampf gegen ein Team Erfahrung sammelt. Wenn es gerne ein Erdbeben von Meeren Chef umtrinken möchte, kann der's gerne probieren. Bäm... Bäm... Bäm, 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 so, Holzgeweih. Easy. Easy. Hehehehe. Eins ab. Als ob ich jetzt gerade schon, ob er schon zweimal gemisst hat in der Attacke. So super. Nice. Kann gar nicht. Puh. Versuchen wir mal unseren Newbie, ob er es schafft. Ähm, das ist resisted. Kann gar mal. Okay, neutral. Megastärker. Hab ich gehört. Mammunkrit ist, megastärker. Ich geh gleich wieder zurück ins Pokémon Center ohne Scheiße. 74. 74. Elektroball. So und jetzt. Erdebeben. Die Megastrope. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Steigerung Seed. Bäm, bäm. Double Boost. Oh, die Augen so. So. 50. Das gibt's nicht an den Teams. Einfach viel zu erfahren für das meine. 11.000. Waa man. Ha 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 ha. Ha ha ha. He he. He he. So und weiter geht's. Oh, ein Kampf Ein Kampftrainer Das schreit in der Nacht Mit einem Psycho-Pokémon-Anfange Baros Laos hat mich ja abgehärtet Davon kann sie sich gar nicht davon selbst überzeugen Bäm Luna, mach schon mal Auf welchen Level sind die überhaupt? Ich achte überhaupt nicht auf das Level 60, okay 70 Yes Bam Der hat irgendwie nicht so viel Gag Okay, Mammol 2 Es ist nicht gewesen Okay, wo geht's denn hier lang? Den Finsterball, okay Dann hat sich die Tatsache, dass ich hier ab Siegestein befinde, ist manch also nicht nervös Das wollen wir nochmal sehen Ich bin eiskalt Pokerface Papapapaka-Fuckerface und so, ne? Das ist eine Demo, okay, damit kann ich leben 55, ne? 55, ne? 55, ne? Okay Bicu, nein, wir bleiben drinnen Und so Yay!